Medical Aesthetic Research Academy Die Adresse für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, Dermatologie, medizinisch-ästhetischen Behandlungen und internationale Tattoo-Kunst im Zentrum von Graz. Als hochqualifiziertes Ärzte-Team bieten wir medizinische Leistungen an, die über die Ästhetik hinausreichen. Dazu zählen plastische Chirurgie, Allgemeinmedizin, Dermatologie und medizinisch-rekonstruktive Tätowierungen. Natürlich stellt die Ästhetik den Mittelpunkt der Tätigkeit dar. Durch die sich ergänzenden Fachrichtungen ist es möglich, ein ganzheitliches Spektrum der ästhetischen Medizin anzubieten. Wir nehmen uns viel Zeit, um uns Ihre Sorgen und Wünsche in aller Ruhe anzuhören. Wir beraten Sie nach bestem Wissen und Gewissen und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen individuellen Behandlungsplan. Der Wunsch nach einem attraktiven Äußeren, Jugendlichkeit und einem harmonischen Körperbild begleitet die Menschheit seit Anbeginn der Geschichte. Unser Bestreben ist es, diesem Wunsch mit höchster Qualität, Sicherheit und Innovation zu entsprechen. Das Ziel ist es, Patienten auf diesem Weg die bestmögliche Beratung zu bieten und ein maßgeschneidetes Konzept zu erstellen, um ein Maximum an Natürlichkeit zu bewahren. Dr. Thomas Rappel ist der ärztliche Leiter des MARA-Instituts und zertifizierter Chirurg für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, ausgebildet in Österreich und Frankreich. Er ist seit vielen Jahren auch als Oberarzt der Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in der Medizinischen Universität Graz tätig. Das Spezialgebiet von Dr. Simone May, liegt im Bereich der ästhetischen Medizin. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit mikroinvasiven Verfahren zur Verjüngung von Gesicht und Körper. Ihr Ziel ist es, den Umgang mit ästhetischen Behandlungen selbstverständlicher zu machen und durch kleinere Eingriffe ein langfristiges natürliches und jugendliches Aussehen zu erzielen. Frau Dr. May analysiert jeden Patienten individuell und erstellt in einem ausführlichen ärztlichen Gespräch einen Behandlungsplan. Dr. Daniela Uell ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Seit über 18 Jahren ist sie zudem als Laserärztin tätig und verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich der ästhetischen Laserbehandlung. Seit September 2017 unterstützt sie das Team von Mara mit ihrer Kompetenz und ihrem Fachwissen. Dr. Michaela Wiednig ist zertifizierte Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Nach Abschluss des Humanmedizinstudiums an der Medizinischen Universität Graz begann die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in Klagenfurt. Seit 2015 ist sie Fachärztin für Dermatologie und Venerologie an der Medizinischen Universität Graz. Durch die langjährige Mitarbeit am Laserzentrum der Medizinischen Universität Graz sowie der Ambulanz für Ästhetische Dermatologie LKH Graz, konnte sie wertvolle Erfahrungen im ästhetischen Bereich sammeln. Mario Barth, ein international renommierter Top-Tätowierer der Stars, verkörpert den amerikanischen Traum durch Talent, Perfektion und internationalem Erfolg. Beheimatet in Las Vegas und New Jersey, bietet er seine Kunst in der Medical Aesthetic Research Academy am Kaiser Franz Josef Kai 48 an. Er hat sich seit vielen Jahren dieser Form des rekonstruktiven Tattoos in den USA befasst und darin absolute Perfektion erreicht. Ästhetische Tätowierungen und Cover-Ups werden im eigenen Mario Barth-Studio im Zentrum von Graz durchgeführt.